Überhangmandate Bei Bundestagswahlen können durch die Erst- und Zweitstimme sogenannte Überhangmandate entstehen. Durch Überhangmandate kommen mehr Abgeordnete in den Bundestag als die eigentlich vorgesehenen 598. Überhangmandate gab es bisher in vielen Wahlperioden. Sie entstehen, wenn viele Wähler Wahlkreiskandidaten einer Partei wählen, ihre Zweitstimme aber einer anderen Partei geben. Dadurch können Parteien in einem Bundesland mehr Direktmandate erhalten, als ihnen nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Nach der Wahl wird der Anteil an Mandaten berechnet, den eine Partei von den 598 Sitzen im Bundestag erhält. Grundlage dafür sind die Zweitstimmen aller Parteien. Allerdings nur von den Parteien, die es auch in den Bundestag geschafft haben. Dabei erhält jede Partei so viele Sitze, wie es ihrem Zweitstimmenergebnis entspricht. Die Anzahl der Sitze einer Partei wird dann noch einmal auf die einzelnen Bundesländer aufgeteilt. Und zwar im Verhältnis dazu, wie viele Zweitstimmen die Partei in jedem einzelnen Bundesland bekommen hat. So ergibt sich, wie viele Abgeordnete der Partei aus welchem Bundesland kommen. Die A-Partei hat zum Beispiel in Brandenburg anteilig so viele Zweitstimmen bekommen, dass sie fünf Kandidaten in den Bundestag schicken kann. Jetzt kommen die gewonnenen Erststimmen ins Spiel. Drei Kandidaten der A-Partei haben in ihren brandenburgischen Wahlkreisen die meisten Erststimmen bekommen. Das heißt, sie haben für ihre Partei drei Direktmandate gewonnen. Das Wahlgesetz sieht vor, dass jeder Kandidat mit Direktmandat einen Sitz bekommt. Daher erhalten zunächst die drei Direktkandidaten drei der fünf Sitze. Die restlichen beiden werden mit den Kandidaten der A-Partei besetzt, die oben auf der Landesliste stehen. Was passiert nun, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr Plätze nach den Zweitstimmen zustehen? Ein Beispiel. Die B-Partei gewinnt in einem Bundesland acht Direktmandate. Gleichzeitig erhält sie aber nur so viele Zweitstimmen, dass ihr in diesem Bundesland eigentlich nur sechs Sitze zustehen. Trotzdem darf die B-Partei alle acht Abgeordneten aus diesem Bundesland in den Bundestag schicken. Sie hat zwei Überhangmandate. Dadurch erhöht sich die Zahl der Abgeordneten im Bundestag zunächst um diese beiden Plätze, von 598 auf 600. Es wird aber noch komplizierter. Die bisherige Regelung zur Berechnung der Sitzverteilung konnte zu widersprüchlichen Ergebnissen führen, dem sogenannten negativen Stimmgewicht. In Kombination mit den Überhangmandaten war es möglich, dass mehr Zweitstimmen für eine Partei in einzelnen Bundesländern zu weniger Sitzen für diese Partei im Bundestag führen konnten. Da dies den Grundsatz der Wahlgleichheit verletzte, musste ein neues Wahlgesetz her. Dazu hatte das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber bereits 2009 aufgefordert. Die Änderung des Wahlgesetzes im Jahr 2011 erklärten die Karlsruher Richter 2012 ebenfalls für verfassungswidrig. Am 21. Februar 2013 hat der Bundestag deshalb erneut eine Änderung des Wahlgesetzes beschlossen. Ab der nächsten Bundestagswahl werden alle Überhangmandate ausgeglichen, damit die Sitzverteilung im Bundestag am Ende exakt das Zweitstimmenergebnis der Wahl wiedergibt. Dafür erfolgt die Sitzverteilung im Bundestag zukünftig in zwei Runden. In der ersten Runde werden die Sitze wie gewohnt nach dem Zweitstimmenergebnis verteilt. Außerdem erhalten natürlich alle Kandidaten, die einen Wahlkreis gewonnen haben, direkt einen Sitz im Parlament. Treten bei dieser Verteilung der Sitze nun Überhangmandate auf, folgt eine zweite Runde. Nun wird die Gesamtzahl der Sitze im Bundestag so lange erhöht, bis alle auftretenden Überhangmandate auf Listenmandate der Partei anrechenbar sind. Die anderen Parteien erhalten im Gegenzug, abhängig von ihrem Wahlergebnis, Ausgleichsmandate. Daher wird es keine Vorteile durch Überhangmandate mehr geben. Durch diese Neuregelung könnte der Bundestag auf bis zu 800 Abgeordnete anwachsen. Wären mit diesem Verfahren schon nach der Wahl 2009 die Sitze verteilt worden, hätte das Parlament nach einer Modellrechnung des Bundeswahlleiters heute 671 Sitze statt der aktuell 620 Sitze. Zum Effekt des negativen Stimmgewichts kann es nun aber nicht mehr kommen. Und bei einem knappen Wahlausgang kann das Zweitstimmenergebnis nicht mehr durch Überhangmandate verfälscht werden. Anders als bisher ist die Anzahl der Mitglieder des Bundestages nun für die Dauer der Legislaturperiode unveränderbar. Scheidet ein Mitglied des Parlaments während einer Legislaturperiode aus, so wird sein Sitz in jedem Falle nachbesetzt, unabhängig davon, ob es sich um ein Direktmandat, ein Listenkandidaten oder um ein Ausgleichsmandat handelt. Es rückt ein Listenbewerber der Partei aus dem jeweiligen Bundesland nach. Bereits bei der nächsten Bundestagswahl am 22. September 2013 wird das neue Verfahren zum Einsatz kommen. Mehr Infos gibt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung.